So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir bei der Grinder die geile Waffe geholt. Die muss ich jetzt noch ausrüsten, das habe ich schon wieder gemacht. Und zwar war das... Wie war die jetzt? Auf gut Glück, die Knarre, die kommt jetzt dahin. Und die tue ich dann aussortieren hier. Wir brauchen jetzt unbedingt noch diese Künfe der Munition. Das heißt also, wir holen die Crew jetzt zu dem Händler und holen noch bis zu 45er Munition, wenn wir in Abwehrschad. Beim letzten Mal sind wir hier in Diamond City gelandet. Mal schauen, was er so hier... Du bist der Neue, stimmt's? Ja, ich bin der Neue, ja. Ja, ich bin der Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Zeig mal, was du so hast. Natürlich bin ich super belandet. Big Boy ist auch eine schlechte Waffe. 9000... Ich brauche eigentlich schon 40er. Dafür kriegst du die und die hier. Ne, die brauche ich noch, die 38er. Glaube ich muss das Radio auch wieder ausmachen. Kriegst du die hier. Die brauche ich mich auch nicht mehr. Kriegst die hier. Ne, die kriegst nicht. Kriegst die hier, kriegst die hier. Und kriegst die hier. So. Was hast du noch so an? Des Wächters. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das Radio ausgemacht habe. Da muss ich die Musik ausmachen. Sorry, aber... Du bist ja... Das ist die Musik aus. Ja, ne, zu dem wollte ich jetzt gar nicht mehr gehen. Aber ich habe hier eine Menge anderer Möglichkeiten. Ich brauche im Moment nichts. Na, lass dir ruhig Zeit. Die lassen wir so die Zeit. Weil ich da noch... ... noch was gucken möchte. Ähm... Es war zu Fall uns. Die haben nämlich auch so eine geile Rüstung. Ein Teil von der Rüstung. Wie grau ist welcher Teil das ist. Wenn es der richtige Teil ist, dann wird der Teil gekauft. Sehr gut. Äh, hallo. Warst du schon mal hier? Ja. Ja, schon oft. Wirklich? Okay. Ich will dich trotzdem noch mal daran erinnern, dass Falunz kein Wohltätigkeitsverein... Das ist auch klar. Wenn du Kleidung haben willst, musst du dafür bezahlen. Jo, mach ich. Nicht klauen. Hab's verstanden. Gut. Jetzt wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Falunz. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Mhm. Handeln wir. Was du so hast? Ein zahlender Kunde. Endlich. Ja. Ah, J.B. ein Armrechter. Ah, okay. Der hat, die hat also ein Recht, eh. Den Rest hier. Kann wir den zweimal ab hier. Für 1,8. Was gehen wir dafür? Weißt du was? Die Funktionszellen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die Klasspatron auch nicht, die Schrottdinger auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Jet haben wir genug. Jet benutzt wie Sony, das können wir auch verkaufen. Ah, hier bringt gar nichts okay. Momentan bringt auch nichts. So, passt. So, jetzt werden wir nach oben noch die restlichen Rüstungen noch kaufen. Soll ich das mal noch einsetzen? Dann kann ich nämlich den Zeug hier auch verkaufen, wo ich ihn noch kaufe. Und dann haben wir eine ganz komplette neue Rüstung gekauft. Mit dem Spiel. Ja. Was geht ab? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd. Nicht schießen. Um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter. Sofort. Er ist ein Zünd. Er wird uns alle töten. Geil! Nein! Oh, er wird einem schon erschossen. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia. Was willst du, Chef Field? Alles klar? So, du hast dich. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ist doch richtig so. Ich brauche ne Nuka Cola. Ne Nuka Cola brauchste. Ich muss was trinken. Nuka Cola. Ja, ich hab schon vielleicht ne Nuka Cola. Oh, danke! Danke! Bitte! Hey Sheffield! Was hältst du davon für mich zu arbeiten? Ja, der ist so groß und so klein. Wirklich? Meinst du das ernst? Ja. Ganz recht. Du gehst nach Central Leeds. Okay, ich, ich mach's. Es ist gut, wenn du es machst, aber wieder auf der Toilette. Da steht ihr da alle noch rum. Kümmern euch endlich um euren eigenen Scheiß. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Du bist jetzt in Sicherheit. Darauf kommt es an. Ich, ich bin kein Zünd. Ich hab's ihm gesagt immer wieder. Warum hat er mir nun nicht zugehört? Ich, ich brauche eine Minute. Ja, der ist kein Zünd. Doc, ich bräuchte mal deine Hilfe. Neuer Patient. Ah. Das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem, oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Äh, um mich heilen. Dürf mal einen Blick darauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Hm. Die Gesundheit? Ich hab' in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Ach, da hab' ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nehmen, bevor sich entzündet. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Ja, äh, ach. Angrund und Camps hab' ich in letzter Zeit kaum angefasst. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Ja, die Gesundheit bitte. Ich bin ziemlich mitgenommen. Hm. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja. Das muss gerichtet werden. Fangen wir an's? Bittel Palabra in Diamond City. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Hm, nicht. Was war's? Dann ab mit dir. Okay, die Stahl werde mir trotzdem nicht, aber ist egal. Arthur, zu dir will ich noch mal gehen. Nein. In Sachen Schutz liegst du mit allem, was ich habe, richtig. Handel mir. Du musst passieren, was du so hast. Alles in Handarbeit gemacht. Ja, ich weiß, alles in Handarbeit gemacht. Was hab' ich jetzt... Was hab' ich jetzt... Was hab' ich jetzt bei der Tuse gekauft? Champions. Wächter. Okay, dann verkaufen wir das Ding. 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 Und das Ding. Das Ding. Kaufen. Kochen. Und das. Jetzt freuen wir noch 1000. schrott da bav hier da muss ich da muss jetzt eine teile dann muss ich auf muss ich das wieder zurückgeben aber wir haben gleich wieder kohle um uns dabei weiter zu kaufen das war ein verlustgeschäft verkaufen gerade nur das ding wieder und dann passt das war für kannst du zeig mal was du so hast selbstschutz in perfektion du kriegst du kriegst wieder ein komisches ding hier hier habe ich jetzt kein interesse mehr dafür nehme ich die hier so fast jetzt wieder ja wunderbar so jetzt können wir noch was die hat also bleib weg von mir beruhigt ich bewege mich nicht genau das würde ein sind sagen aber ich weiß nicht bist du wirklich ein mensch ich bin so menschlich wie an dem tag an dem ich geboren wurde du siehst schon aus wie ein mensch aber ich behalte dich besser im blick ich habe augen wie ein nun sie sind jedenfalls sehr gut verstanden ok wir können handeln aber kein blödsinn verstanden jetzt ich schaue mal was du hast hier aber sagt bloß nicht schrott dazu ist schrott blender brustheit aber unsere unser allerdings ist besser aber klar brauchen wir nicht hat ja auch da bitte für ein 40er so das gewinnt zusammen die kohle hier das bringt ja nichts da mehr decks jetzt den wegs brauchen wir noch taten und schon sind wir wieder pleite bisschen munition gekauft das war es auch schon aber das macht uns nichts denn wir holen uns gleich noch ein paar aufgaben wo wir viel kohle machen können jetzt mal fragen wer es mit der auf der arbeit hat hier kriegst du deine medikamente was immer du brauchst ich habe gehört dass er in der nähe des waldsumpfs wächst ist ein natürlicher strahlungsfresser wäre super für die herstellung von radix oder redaway und geld bitte doch ein bisschen was drauf legst könnte ich interesse haben ok wie wäre es mit 125 kronen kommt komm schon es soll sich doch auch für mich lohnen genau es hat sich doch auch für mich lohnen du warst es echt knallhart na gut 150 kronen ist immer noch zu wenig ich verschwende jetzt wenn du mir kein anständiges angebot machst 200 mehr kann ich nicht zahlen ich schwörs gut mutierter fahrn klingt gut so mutierter fahr er hat unser baseball man hier noch paar aufgaben für mich da konnte man den schaden auf die kohle machen hier entschuldigung es ist immer wichtig dass am anfang immer charisma auf stufe 10 macht denn da könnt ihr jeden überreden zu einer arbeit wenn du was für den sport tun willst ich weiß wo es ein paar sammlerstücke aus vorkriegstagen gibt trainer aufgeben ist für penner westing hat er ein anwesen nicht weit von hier angeblich soll er zu seiner pensionierung von der liga drei geschenke bekommen haben einen baseball einen fängerhandschuh und eine baseball karte von allen anderen trainern unterschrieben du kannst dir vermutlich schon denken was jetzt kommt ich zahle dir für jedes dieser relikte 100 kronkarten nur nur 100 kronkarten ist ein wenig ich will mehr bitte die gehört ein ganzer laden da ist doch sicher mehr drin da kriegst du ja einen richtig feurigen blick komm nochmal du willst mich über den tisch zählen mit 300 pro dinge komm schon zeig mir dass es dir ernst ist oh 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 wenn eisaugen julie jetzt nur deinen blick sehen könnte gegen dich hätte vermutlich nicht mal sie eine chance du hast gewonnen 200 kronkarten aber das ist mein letztes wort also einverstanden ja eine karte ein handschuh ein ball verstanden du kommst du krägst und der baseball sport dank dir auch jo gut raus aus viel aus fällt officer zurücktreten ich verstehe officer ich wollte nur wissen was passiert ist hast du das geschrei nicht gehört der typ hat seinen bruder mit einer knarre bedroht weil er ihn für einen zint hielt die zeitung ist schuld die hat die leute in panik versetzt und ihn weiß gemacht ihre eigene familie würde durch maschinen ersetzt es tut mir leid dass du in die sache verwickelt wurdest aber es ist vorbei okay tu einfach so als wäre nichts passiert ist besser so jo dann gehen wir mal zu Piper die wollte auch noch was von uns haben wir die Quest auch schon hinter uns kriegen noch ein paar erfahrungspunkte der lute ist dann auch noch alles weg das ist Piper schön dass du vorbeischaust ist alles klar bei dir Blue? yes ja alles klar hör zu ich wollte es nur gesagt haben du bist ein Waldbewohner du trägst zwar nicht den blauen Anzug aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look eindeutig also hör zu ich will ein Interview deine Lebensgeschichte ich finde es wird Zeit dass Diamond City mal erfährt wie ein Fremder das Commonwealth so findet wenn das klappt dann ich hab's dann komm ich mit dir mit ich pass auf dich auf während du dich an die Welt hier oben gewöhnst mhm dann gehen wir mal zum Interview ich bin dabei gut kommen wir zum Geschäft also ich weiß du kommst aus einem Wald wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? boah wir waren im Kildschlaf mein Charity und ich wurden eingefroren ich war nicht lange im Wald warte die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? ja die ganze Zeit? ja heißt das du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? ja ja ich bin über 200 Jahre alt oh mein Gott der Mann aus einer anderen Zeit genau der Mann aus einer anderen Zeit also du hast das Commonwealth gesehen Diamond City wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? äh es gibt mir Hoffnung das ist ehrlich? zu sehen wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut das gibt mir Hoffnung das ist überraschend inspiriert Blue das Zitat werde ich definitiv nehmen ich weiß ja bereits dass du deinen Sohn Sean suchst glaubst du das Institut steckt hinter seiner Entführung? äh ja das ist gut möglich nicht mal ein Baby ist vor ihm sicher und die Leute fragen sich warum ich nicht einfach wegsehen kann im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert alle tun so als würde das nicht passieren was würdest du jemandem sagen der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist um nach ihm zu suchen? mh nicht jagen so egal wie sehr man aufgeben möchte man darf es nicht tun man darf die Hoffnung nicht aufgeben dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt eine starke Aussage zum Schluss Blue danke wir sind fertig wird eine Weile dauern das alles zusammen zu puzzeln aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben worüber sie reden können wie auch immer ich hab ja gesagt dass ich mit dir komme auf dich aufpasse sag Bescheid wenn du so weit bist ich bin gespannt wie die Geschichte weitergeht ok Piper ist jetzt bereit mit mir zu gehen ich kann es lüten die Leer looten wenn das Zeug geben würde so beim nächsten Mal machen wir die Quests von den ganzen Bewohnern hier von Diamond City ich loote hier noch leer und dann ist die Let's Play Folge auch wieder beendet schön dass ihr dabei gewesen seid kleine Tusi lasst mich nur vorbei bitte ich klau hier alles das Spielzeug so wie das will nichts mehr spielen zumindest nicht wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe ja du mich auch sie schon nehmen wir auch mit guck was die da so oh Haarklammen hat sie auch so ein paar Teamfacts mitnehmen so wie diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden schön dass ihr dabei gewesen seid tschüss euer Grüß auf D6 Nacht tschau